Bei Bauer sucht Frau International suchen vier Bauern und eine Bäuerin nach der ganz großen Liebe im TV. Unter den TeilnehmerInnen ist auch der 30-jährige Ackerbauer Justin. Für die Hofwoche entschied sich der tanzbegeisterte Bauer aus dem Elsass für Stefanie und Maureen. Auch wenn sich Maureen selbst zunächst als Favoritin sah, wurde schnell klar, dass sich Justin viel mehr für Stefanie aus Österreich interessiert. Bei einem Spaziergang kamen sich die beiden näher und es kam zum romantischen Kuss. Ich habe beim Einzelgespräch gespürt, dass da etwas war und das hat sich jetzt bestätigt. Und das fühlt sich einfach richtig an. So die 34-jährige Steffi glücklich. Auch Justin ist sich sicher, dass Steffi bleiben soll. Das bedeutet aber auch, dass Maureen den Hof verlassen muss. Justin teilt Maureen seine Entscheidung im Einzelgespräch mit. Die 30-Jährige reagiert gefasst auf Justins Entschluss. Potenzial für eine gemeinsame Zukunft zwischen Justin und Steffi sieht sie aber nicht. Mein Gefühl sagt mir nicht, dass Steffi die Richtige ist.